Ja, also zunächst möchte ich mich mal kurz bei Giovanni entschuldigen, als ich gesagt habe in Regen da irgendwie, wo ich gewonnen habe, ja, schaue ich mich noch an, also es kam zu Problemen wie es rüber, das bin ich nicht und es war unter Adrenalin, das wollte ich nicht und dann nochmal Entschuldigung an ihn, also ich bin kein Idiot oder so, wo es ein Problem ist, das sagt, also es war unter Adrenalin, tut mir nochmal leid und das war Ihre Fahndung genommen.